in diesem video schauen wir uns fünf gründe an warum es sich lohnen kann sie einen blick mal auf linux mint oder ubuntu zu werfen die gründe sind jetzt nicht irgendwie sortiert und haben auch kein anspruch auf vollständigkeit das heißt wenn ihr noch einen grund mehr habt dann benutzt doch gerne die kommentare grundnummer fünf naja die linux distribution sind erstmal kostenlos ich beziehe mich jetzt hier meistens auf linux mint aber ja linux mint ist natürlich auch kostenlos und in verschiedenen desktop versionen erhältlich grund nummer vier ist der datenschutz windows ist immer wieder mal in die kritik geraten weil ja mit windows 10 man nicht mal mehr abstellen kann dass windows telemetrie daten an microsoft gesendet werden das heißt wer wert auf datenschutz legt ist schon mal bei linux gut aufgehoben grund nummer drei die sicherheit linux gilt als sicher durch zwei faktoren zum einen ist es halt einfach quelloffen und jeder kann sich den code anschauen und fehler finden der wohl wichtigere grund ist linux ist schlicht und ergreifend weniger verbreitet und ist daher nicht so attraktiv für angreifer um das system anzugreifen weil es einfach weniger opfer trifft grund nummer zwei die paketverwaltung erleichtert die verwaltung und installation von software bei windows kennt man das überhaupt nicht da geht man auf irgendeine seite wie chip.de oder auf die seite eines herstellers um software runterzuladen und zu installieren das funktioniert bei linux etwas anders da gibt es eine paketverwaltung und in der ist die software die man installieren kann erst mal verfügbar man sucht also sein programm klickt auf installieren und das wird installiert das ist auch ein kleiner faktor für die sicherheit denn da kann ich einfach alles aufgenommen werden auch da kann es natürlich probleme geben aber es ist doch ein kontrollierter weg wie programme auf den computer kommen und nicht bei windows irgendwo runterladen irgendwas installieren auch natürlich das updaten und das deinstallieren geht über diese paketverwaltung man hat also so ein rundum sorglos paket was die installation neue software angeht und der grund nummer eins alle wichtigen programme sind nach der installation direkt verfügbar bei microsoft da bin ich erstmal mit beschäftigt oder bei windows bin ich erstmal damit beschäftigt programme nach zu installieren das heißt die office ist zum beispiel muss nach installiert werden ich habe keinen vernünftigen entpacker drauf und 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 das habe ich erstmal bei linux alles dabei und kann wie schon gesagt einfach über die paketverwaltung auch viel einfacher als bei windows die sachen nach installieren